Musik Sir Arthur Conan Doyle William K. Stewart Stundenlang hatten wir bereits mehr oder minder geduldig gewartet, bis der Vorgang der Beichte der 25 Mönche schließlich beendet war. Als sich Bruder Francis und Bruder Peter zu uns an den Tisch setzten, war unsere Erwartungshaltung unentschieden. Mir persönlich war es jedenfalls nicht möglich gewesen, den Spannungsbogen so lange aufrecht zu erhalten. Ich war lediglich froh, dass es vorbei war. Bruder Peter hat allen 25 Brüdern das Sündenbekenntnis abgenommen, begann der Abt. Und nun kann er uns mitteilen, was darauf abzulesen ist. Bitte, Bruder Peter. Meine Herren, setzte der Vicar fort, um es kurz zu machen, nichts. Hinsichtlich des Mordes an Bruder Emanuel und übrigens auch hinsichtlich des in Brand gesteckten Beichtstuhls war die Beichte leider ergebnislos. Alle Brüder sind Sünder, aber niemand bekannte sich zu diesen schweren Sünden. Nun war ich doch ein wenig enttäuscht. Ganz im Gegenteil zu Lestrade, der sofort in mürrischem und durchaus auch vorwurfsvollem Ton sagte, Ganz, wie ich erwartet habe, reine Zeitverschwendung. Niemand gesteht einfach so, auch nicht vor einem katholischen Beichtvater. Besser, wir konzentrieren uns nun wieder auf altbewährte polizeiliche Ermittlungsmethoden. Der Abt schien besonders betroffen zu sein. Er antwortete langsam, Vergessen Sie nicht, Inspektor, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die ihr gesamtes Leben in den Dienst an Gott gestellt haben. So etwas wirft man nicht leichtfertig weg. Es ist äußerst betrüblich, dass es einer doch getan hat. Wir haben in unserer Gemeinschaft nun offensichtlich einen Mörder, einen Brandstifter und einen vom Glauben abgefallenen Bruder, der nicht davor zurückschreckt, im Rahmen der Beichte zu lügen. Die Apotasie, die hier vorliegt, ist eine vollkommene Abwendung von Gott. Insofern hat Inspektor Letrat wiederum recht. Der rechte Glaube dringt nicht mehr zu diesem Übeltäter durch. Ich habe keinerlei Handhabe und keine Autorität mehr ihm gegenüber. Er verweigert sich nach den weltlichen, auch den göttlichen Gesetzen, Dieses Versagen werde ich mir nie verzeihen. Ich bin untröstlich. Kurz verspürte ich den Drang, dem armen Mann aufmunternd auf die Schulter zu klopfen, unterließ es aber doch. Stattdessen stellte ich lediglich in unumwundernder Banalität fest, man kann in Menschen eben nicht hineinschauen. Das werden wir noch sehen, entgegnete Holmes entschlossen. Und zwar teile ich nicht Inspektor Letrats methodischen Übereifer, doch in der Sache stimme ich zu. Wir haben einen vergeblichen Versuch unternommen mit den Mitteln der Kirche. Nun ist die Kriminalistik am Zug. Untersuchung und Befragung, Analyse, Kombination und Schlussfolgerung. Nach dem Mittagessen werden wir alle Brüder zum Verhör bitten. Es wäre doch gelacht, wenn es uns nicht gelänge, den Wolf von der Schafherde zu trennen. Mag er sich noch so gut tarnen? So soll es geschehen, meinte der Abt, der wieder einen optimistischeren Eindruck machte. Ich werde für die Befragungen gerne mein Arbeitszimmer zur Verfügung stellen. Bis zum Mittagessen blieb nicht mehr allzu viel Zeit. Schließlich hatten wir einen Großteil des Vormittags wartend im Speisesaal zugebracht. Während Abt und Vicar ohne dies ihren täglichen Verrichtungen nachgehen mussten, machten wir uns auf den Weg zur Bibliothek, wo wir ein Rendezvous mit Bruder Nikolaus vereinbart hatten. Als wir an der Kapelle vorbeikamen, sahen wir, dass die Mönche bereits mit den Instandsetzungsarbeiten beschäftigt waren. Die verkohlten Überreste des Beichtstuhls waren bereits fortgeschafft, der Altar wieder an seinem Platz, die Mauern rund um den Brandherd wurden ausgebessert und ein Bruder stand auf einer Leiter neben dem großen Kreuz, um den Leib Christi vom Ruß reinzuwaschen. Holmes nahm von alledem scheinbar keine Notiz. Er humpelte zielstrebig und so schnell wie möglich in Richtung unserer Verabredung, sodass der arme Lestrade, der um die Hüften wohl etwas zugelegt hatte, sogar ein wenig außer Atem geriet. Als wir schließlich die Bibliothek betraten, staunten wir nicht schlecht. Es handelte sich um einen großen und hohen Raum. Voll mit Regalen, die fast bis zur Decke reichten, eine verschiebbare Leiter auf Rädern gewährleistete den Zugriff auf die oberen Reihen. Zwischen den Regalen hingen kunstfertige Bilder in schwarz-weiß von Städteansichten, Kirchen und anderen bedeutenden Gebäuden, deren Bezug mir nicht klar war. Doch dies war nur ein Beiwerk. Der Schatz waren zweifellos die Schriften und Akten. Bestimmt mussten es tausende Bücher, Manuskripte, Dokumente und Karten sein, die der Orden über Jahrhunderte gesammelt hatte. Viele davon hatten längst verstorbene Mönche in der Zeit vor der Erfindung des modernen Buchdrucks handschriftlich kopiert. Ein Wissensschatz, der wohl bis zum Hellenismus zurückreichte und weit über die katholische Theologie hinausging. Wie Schlaglichter konnte ich die Beschriftungen von ein paar Buchrücken lesen. Aristoteles, Seneca, Thomas von Aquin, daneben Dante, Biewulf und die Canterbury Tales in Ausgaben längst vergangener Tage. Eine eigene Abteilung war mit hebräischen und arabischen Schriftzeichen markiert. Diese Bibliothek kannte offenbar nur wenige Berührungsängste. »Willkommen«, sagte Bruder Nikolaus, der plötzlich unvermittelt zwischen den Regalen hervortrat. »Das ist eine außerordentlich bemerkenswerte Sammlung«, sprudelte es haltlos aus mir heraus. »Von geradezu unermesslichem Wert. Sie umfasst das gesamte Wissen und die Kulturgeschichte der Menschheit.« Der Bibliothekar bedankte sich mit einem Kopfnicken für die Anerkennung. »Doch gilt dies nur zu einem gewissen historischen Grad«, erwiderte er dann. »Wie Sie sich bestimmt vorstellen können, ist die katholische Kirche manch jüngeren Forschungsergebnissen und philosophischen Anschauungen gegenüber skeptisch. Nicht jede Lektüre ist für alle unsere Brüder geeignet.« »Sie meinen«, warf Holmes ein, »für Darwin und dergleichen ist hier kein Platz?« Bruder Nikolaus lächelte milde und trottete zu einem Stehpult, wo ein Buch offen aufgeschlagen lag. Er beugte sich darüber und las laut daraus vor. »Die Religion ist das Seufzer der bedrängten Kreatur. Das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist zeitloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.« »Das ist Karl Marx«, stellte Holmes sofort fest, als wäre er ein Experte auf dem Gebiete der sozialistischen Theoriegeschichte. Offenbar las mein Freund tatsächlich all die Schriften, die ihm der alte Friedrich Engels regelmäßig ungefragt zukommen ließ, seit wir damals in seinem Auftrag einen Fall bearbeitet haben. Meine Erinnerungen daran waren allerdings weniger erfreulicher Natur. »Skepsis bedeutet nicht zwingend Ignoranz«, erklärte der Bibliote Kasodan. »Wollen sie Kritik entkräften, so müssen sie sie zuerst verstehen und studieren. Wir stellen diese Werke nicht aus, doch verfügen wir über sie. Sie befinden sich in einem abgeschlossenen Nebenraum. Mr. Darwin und seine Entstehung der Arten eingeschlossen. Alles hat zwei Seiten. Kein Himmel ohne Hölle, ohne Satan kein Gott.« Ich schwankte zwischen Bewunderung der seriösen, diskursiven Herangehensweise und Ablehnung der Einrichtung einer abgeschotteten Bibliothek des Teufels. Holmes nahm es jedoch mit Humor und fragte unverblümt, »Und wie entkräften Sie nun die marxsche Religionskritik?« »Mit Marx«, erwiderte Bruder Nikolaus ohne zu zögern, »es kommt nicht auf philosophische Erörterungen und Interpretationen an, sondern auf das Tun, auf die Praxis in der materiellen Welt. Und diesbezüglich ist mein Orden Ausdruck der progressiven Veränderung, die Kur von der Sucht. Aber wir sind doch nicht zusammengekommen, um die Dialektik des Glaubens zu erforschen.« »Ganz recht«, mischte sich nun Lestrade ein, dem die Ungeduld ins Gesicht geschrieben stand. »Sie sagten, sie verfügen über sachdienliche Informationen in unserem Fall.« »So ist es«, bestätigte der alte Bibliothekar. »In dieser Abtei gehen schon seit Monaten sehr seltsame Dinge vor sich, von denen der Mord und der gestrige Brand nur die vorläufigen Höhepunkte waren. Es steckte jedoch wesentlich mehr dahinter.« »Ein verbrecherischer Plan? Eine Verschwörung womöglich?« vermutete der Inspektor. »Das weiß ich nicht«, entgegnete Bruder Nikolaus. »Doch ich weiß, wer mit Bruder Emanuel am Vorabend seiner Ermordung eine heftige Auseinandersetzung hatte und wo alle Fäden zusammenlaufen. Bruder Emanuel drohte damit, das Kloster zu verlassen und die Polizei zu verständigen. »Das hätte er besser unterlassen«, murmelte ich, »mehr für mich.« »Woher wissen Sie das?« fragte unterdessen Holmes. »Wie Sie sehen«, antwortete der Bibliothekar, »bin ich zu Fuß nicht mehr der Schnellste. Als ich am fraglichen Abend als Letzter den Speisesaal verließ und dann an der Kapelle vorbeikam, hörte ich Stimmen, die nicht freundlich miteinander umgingen. Ich schlich mich zum Tor und blickte vorsichtig in Richtung Altar, wo Bruder Emanuel stand, heftig gestikulierend, äußerst aufgebracht. So kannte man ihn gar nicht. Und sein Gegenüber, das ich von meiner Warte nicht sehen konnte, bemühte sich vergeblich um Beruhigung. Doch habe ich natürlich die Stimme erkannt. Es handelte sich zweifellos um...« In diesem Moment erschien Bruder Peter in der Bibliothek und Bruder Nikolaus nahm sofort davon Abstand, seinen Satz zu beenden. »Ah, da sind Sie ja, meine Herren«, meinte der WK. »Ich habe Sie gesucht. Bruder Francis schickt mich. Es gibt Nachricht aus London. von Kardinal Manning. Sie mögen umgehend in das Amtszimmer kommen.« »Natürlich«, sagte Holmes und wandte sich nochmals kurz an den Bibliothekar. »Wir sprechen nach dem Mittagessen weiter.« Bruder Nikolaus nickte zur Bestätigung. Dann folgten wir dem WK hinaus auf den Gang sowie weiter zu den Amtsräumen des Abtes, wobei Lestrade innerviert den Kopf schüttelte, während Holmes und ich uns bewusst nichts anmerken ließen. »Was wollten Sie denn von Bruder Nikolaus?« fragte Bruder Peter beiläufig, als wir durch die Gänge marschierten. »Ach, nichts Besonderes«, antwortete Holmes, »nur die üblichen Routinefragen, die wir allen Mönchen stellen wollen. Wir haben uns lediglich gedacht, dass wir dem alten Mann den Weg ersparen und ihn direkt aufsuchen können.« »Gott wird es Ihnen vergelten«, erwiderte der WK. »Das war sehr rücksichtsvoll von Ihnen. Und hat die Befragung etwas ergeben?« Bei diesen Worten blieb Bruder Peter kurz stehen, obwohl wir unser Ziel bereits erreicht hatten, und blickte Holmes fordernd an. Doch dieser ließ sich nicht beirren. »Nein, nichts«, entgegnete er, ging an dem WK vorbei und direkt auf die Tür zum Ministerium zu. Hinter derselben erwartete uns bereits der Abt. »Meine Herren«, begann er ohne Umschweife, als wir eintraten, »wir haben eine Botschaft des Erzbischofs erhalten, und diese ist ein wenig beunruhigend. Offenbar hat seine Heiligkeit der Papst von den Geschehnissen in unserer Abtei erfahren und einen apostolischen Delegaten beauftragt, hier bei uns nach dem Rechten zu sehen. Wir erwarten ihn Freitagabend und werden vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Und glauben Sie mir, mit Kardinal Fossanova, der dieser päpstliche Gesandte sein wird, ist wahrlich nicht zu spaßen.« »Das ist wahr«, bestätigte auch der WK. »Wenn es uns nicht gelingt, bis zur Ankunft des Delegaten konkrete Ergebnisse vorzulegen, so wäre es gut denkbar, dass er hart durchgreift. Im schlimmsten Fall droht die Schließung unseres Klosters.« »Ich verstehe«, erwiderte Holmes. »Dann wollen wir hierzu keinen Anlass geben und keine weitere Zeit verlieren. Wir begeben uns nun in den Speisesaal und nach Beendigung des Mahls beginnen wir sofort mit den Einzelbefragungen der Mönche.« »Ich bitte darum«, meinte der Abt abschließend, ehe wir ihn verließen. Holmes, Lestrade und ich nahmen im Speisesaal wieder in der Nähe der Tür Platz, wie schon heute früh. Die beiden langen Tische füllten sich allmählich mit den Ordensleuten, die abermals ein wenig Freiraum zu uns ließen. Dann wurde eine dünne Suppe aufgetragen. »Ich wünschte, wir hätten in einem etwas reicheren, prunkvolleren Kloster zu tun«, jammerte Lestrade, als er wiederwillig seinen Löffel in die Hand nahm. »Ein Bettelorden ist nichts für mich.« Doch bevor wir von der Suppe probieren konnten, erschien der VK in der Tür. Er war völlig außer Atem und stürmte einigermaßen aufgeregt auf mich zu. »Kommen Sie schnell, Dr. Watson, es braucht medizinische Hilfe«, keuchte er. »Was ist denn los um Himmels Willen?« fragte Holmes, ehe ich reagieren konnte. »Es geht um Bruder Nikolaus«, erklärte Bruder Peter. »Offenbar ist er gestürzt. Er rührt sich nicht mehr, überall ist Blut. Rasch, Dr. Watson, es geht um Leben und Tod. »Luz auf Bern?!« » delayed«, und in ihr Ehre erinnere Untelle. Als ich gar nicht möchte, Vielen Dank.